Mein Name ist Niklas Hartrich. Ich habe Rugby gelernt in Worms und spiele derzeit in der Spielgemeinschaft Ludwigshafen in Worms. Das Training hier, heute fand ich mega cool, mal mit den Leuten zu spielen, mit denen man normalerweise nur gegeneinander spielt in der Liga. Meine Ziele sind weiterhin hier spielen zu dürfen in Rheinland-Pfalz und auch in der Liga mit Worms und Ludwigshafen vielleicht auch mal die Liga zu gewinnen.